Vielen Dank. Zwei, drei, vier, und. Und wir machen weiter mit dem großen Atemkreis. Vielen Dank. Und Abfloss. Und... 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Und um dieses Paket hier abzuschließen, dreimal den kleinen Atemkreis. Und es geht weiter mit 2 mal 3. 1 mal 3. 1 mal 3. 1 mal 3. Und das zweite Mal 3 ist der Parallelsorg. Solltexos. Und wunderbar. Und 3 mal kleiner Atemkreis. Es geht weiter mit 2 Übungen für den Brustbereich. Es ist die Chirotazion. Solltexos. Solltexos. Und andersrum. Und andersrum. Und andersrum. Und andersrum. Und andersrum. Gut. Und abstreichen. Und 3 mal Energie senken. Und erstrum. Und das nächste ist dann der Eisbrecher. Wir beginnen mit mittig hoch und andersrum. Gut, und abstreichen. Und dreimal. Kleiner Atemkreis. Gut. Wir machen weiter mit zwei Übungen für den Bauch. Die erste ist das Energie scheffern. Leicht auflegen. Die erste ist das Energie scheffern. Die erste ist das Energie scheffern. Und die zweite Bauchübung. Rutschen am Gürtel. Rutschen am Gürtel. Gut. Und andersrum. Gut. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, und noch einmal Energie senken.